Hallo meine Lieben, wir sind hier in Berlin bei Fashion Week und im Hintergrund läuft ja schon die Vorbereitung zu der Show, Cumbown läuft und man ist glücklich einfach alles dafür getan zu haben. Ich hoffe meine Kollektion inspiriert euch und zeigt, dass die Schönheit keine Grenzen hat. Weder für Mann, noch für Frau, für alt, für klein. Wir wollen einfach das Gefühl des Glücks feiern. Ich finde es wunderbar, dass es überhaupt so eine Plattform gibt, dass Newcomer nutzen dürfen, weil es in Deutschland eigentlich überhaupt keine richtige Förderung im Bereich Mode, Fashion und auch professionell die Aufstiegsmöglichkeiten haben, sich zu zeigen, sich zu präsentieren. Drei Worte zur Kollektion. Bunt, modern und glamourös. Aufregend, extraordinär und sexy. Traulich, fam, froh und pompös. Glamourös, schick und angesagt. Sexy, high fashion, weiblich. Fashion, sexy und präsentive.